gerade kurz habe eindeutig zu wenig gekriegt das ist so vor die kleine wichtig ist das war hier stehen bleibt auch stopp ist ja ja alles stehen hier und dann die stopp ist hätten wieder auf die Prozent auf dem Podest drauf weil der Pferd umso länger es dauert umso mehr AOE-Damage wie man bei mir sieht und Monsieur C schon wieder Agro hier Kanton nix für ja klar Kanton nix für Kürzlöckchen Sachen wieder angeschmissen als gesehen ich bin aus dem Wurm rausgesprungen ja hat er war ja ich könnte nix für vier ich glaube ich hab nix ich glaube ich hab nix ich glaube ich hab nix was hast du? naja ich glaube ich hab nix ja die Agro hast du ja ja hab n angetränkt erfolgreich Nick Auer ja dafür heil ich dich einfach nicht wer Agro hat können sie behalten kennst du das sprichwort aber mit hier wer halt hier wird übergewertet los hau die Bombe um hier gibt's doch nicht ey noch geschafft ey angreifen ja ja mach dir keine gedanken wenn du stirbst und so ne volles vertrauen in Clary welcher Clary? ich seh ich hier kein Clary ich seh achso spielts ja jetzt mage ne ja ja spielts mage na ich spiel grad nen Tank der off tank herrlich und warum tankt er denn? naja weil hier so ein Asser einen auf Ego macht und äh äh aber ist schon abartig ne? naja das war knapp was ist abartig aber das ist schon abartig aber das ist schon abartig dass ein 40er und 60er die Agro schaut bis 45 oh mein Gott halt jemand Ende 40 äh ja Ende 40 heute raus hier so IP ist aber auch nicht ich meine ja ich mich eben gibt es ja schon 60 oder so achso die sind immer nur ruhig komisch das war ein Bob achso im übrigen äh auch ein 60er kann hier in der Bombe sterben nein meinst du nicht? nein ich hab ja schon Stoffi fallen sehen ein Stoffi in die Kette ja aber ein 60er ist ja schon gefallen aber ich nicht glaub ich hab ja auch nicht gesagt ich hab ja auch nicht gesagt ja T7 kam mit seinem OEC naja ein theoretisch könnte ich äh bei dem Bomben stehen bleiben mit 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 bleiben willkommen explodiert hoh 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 alter feier etwas kommt doch hier aber dieses blöde kronleuchter gedulden es geht mir doch gesagt ja ich glaube deswegen konnte ich die karten anklicken komm jetzt muss er aber fallen so was hat er so die Disssen, Disssen Mein Scheiß, soll ich? Nein! Hab das Werkzeug mit? Nein, Mann. Oh, Orki Hose. Na gut, hätt ich so erstmal wenigstens zwei Teile, ne? Der hätt ich vielleicht sogar nie drauf gehabt, ey. Verdammt. Ich brauch noch ne Hose. Achja, naja. Du machst mir rasch, you. Ja, aber doch nicht mit den Cleary. Orki. Ach so, ich dachte, du hast jetzt auf die Hose nicht. Lol. Was soll ich mit der Hose? Pack mal aus. Hab ich doch schon. Posten mal sehe ich gar nicht, ne? Als ne Lederhose. Na ja, ist egal. Aber kann ich trotzdem mal zeigen, da hat er gerade kriegt jeder Hose. Also, ne? Die Lederhosen. Auf der Oktoberfest. Von der Oktoberfest. Oh, jetzt haben wir es ja so gut wie geschafft. So gut wie, ja. Was? Widerstand? Ey, verstehe ich teilweise nicht mehr. Ne, genug Prezio. Eigentlich. Eigentlich geht das. So, mal uff. Wie, weiß ich nicht mehr, ist denn da? Holger testim. Ist das mal nicht mehr, woher weibig? Kommt zu mir, habe ich da. Und das zu mir, was gerade ein wichtiges Haus. Die Lederhose zu einem großenen fahren konnte machen als lefestigern. Damag du Soldaten. Er ist anders nicht gut. Go, deine Hose nicht weg. N safety und das PDF. so wir machen hier nach ganz kurz mal einen Cut nach den Mobs hier ne nach den Svea ne nach hier ganz kurz mal ist es so dringend ansehe dir bis gleich Leute so und dann sind wir auch wieder da und tada kam ne kleine Verstärkung zum einen habe ich die kurze Phase mal genutzt um auf Örtchen zu gehen Hust muss aber tierische Wurst gewesen sein ja sorry und zum anderen dachten wir uns Grogget egal push mal doppelt hier oh Mentor warte mal Mentor ja wer vielleicht vom Vorteil ja zack so äh du wegen ja zwei Mobs hier alter ähm nicht wundern der Fire hat ähm zwei Accounts weil er so viel Chance hat ja ist der Asser auf dem 2. Account kannst du irgendwo da eine Ecke stehen lassen oder so ach ich mach auf verloren passt naja nicht dass du Agro ziehst mit denen und wie sollte denn der Agro ziehen? weiß ich nicht weil er nur da ist die Blaster Anwesenheit ja jetzt ist Agro ja Waffen sollte ich dich auch machen aber so schlecht sieht die Garner aus siehst bin die putzig putzig sagt er aber ne ganz schöne Oberweiter die wow ha 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 los komm pull das Ding da ey die ist kleiner aus ich etwas ne na gut ich müsste Levi rausnehmen dann du bist gleich groß ja ja so das wird jetzt mal ein schneller äh Captain und so hoffen wir mal ja doch geht recht zügig ja naja achso konnte ja nicht die äh die buffen hier den ganzen Klimpen warum kriegst du dir das nicht? resistet haha ja ist klar ey achso das ist ja der Taste dann geht's natürlich nicht ja 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 hat seine Kinder genommen Klinen werden 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 macht da oh überhälfte nein überhälfte bis zur ersten Phase oder bis zur ersten äh äh Ad Gedöns ja 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 eigentlich wollten wir das so erst machen aber dann dachten wir uns ach naja Crocket Ads und so mach mal schnell dachte man ne und außerdem sind wir schon ewig hier drin und noch hab ich keinen Urlaub also offiziell wo das Video kommt hab ich Urlaub logischerweise hier grins aber noch äh hab ich hab ich muss noch einmal arbeiten haha folglich muss ich auch gleich ins Bett und früh raus ne Fire hm hm naja Mensch alter Corona haha haha ja das ist natürlich doof wenn das so schnell geht da ist er das wird sie verpasst wieder aber war das wenn jetzt hier ne Waffentruhe drin ist was denn immer noch die wiederholbare haha natürlich natürlich ich heute raus oder 2 achja stimmt haha ja schade das ist für die Assa ist das eigentlich doof die Quest weil er kriegt ja nur eine Waffe dadurch ne und die wiederholbare ist ja dann zu Ende uah ich bin beim Baum war so schnell haha Alter wieso resistestest du den ganzen Scheiß hier ey Gibt's das? nein ernsthaft? los dotte kaputt du Arsch die Dots laufen ab das hält nicht mehr ne ey mit so'n Pfützel geht er jetzt nach oben nochmal hin ne und das nachdotten das hilft auch nicht mehr ne konnte man mal machen früher naja dann will ich mal ein bisschen maleracken ja 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 mach mal mach mal tu mal was für deine ich mach nichts hier na gut ich halbe ein bisschen kauf offi para gs wemi mit price ach je na los eine Gletscher ha 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 warum hast'n die vorher nicht rum raus gehauen ha 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 echt schon stahlhaken figur das ist doch dieser komische schub oder was ist das schiff ist ach ja das war nicht schlecht gut das war stahlhaken ich mache noch mal schnell die kiste ja genau assiste da wollte man die noch mal gucken hier ist die glanzkiste und da ist die captain schatzkiste wo die schüssel vorhin aus den dings heraus waren angriff plus fünf stein ist drin und das silber barren ist ungefähr das wert was der schlüssel gekostet hat glaube ich aber ich glaube den kann man sogar gut verkaufen wenn normal mpc ja sag ich doch der ist so viel wert wie die dings so und falls ihr eine glanzkiste braucht da gibt es diese vermögensqueste das was wird das ding hier so ja wir sagen dann mal zu im kreise von grogget und ja das war's ne stahlhaken ende bis demnächst chuchu 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 chuchu